Herzlich willkommen Leute bei einer kleinen Runde Overwatch. Nur mit mir heute. Wir spielen Junkrat oder Junkrat, wie er auch genannt wird, auf der Map, äh, Watchpoint Gibraltar, Gibraltar. Und wir sind, äh, Angreifer. Heute ist ein guter Tag, um Chaos zu stiften. Ach Leute! Und, äh, Junkrat ist auf jeden Fall ein cooler Charakter. Wie ich will. So, die schießen da. Ich schieße jetzt das hier. Jetzt heile ich mich kurz wieder, weil hier, habe ich Schaden bekommen. Angersphase beginne in 30 Minuten. Heute ohne Nephi und ohne Nils und ohne alle anderen auch, weil, ähm, endlich mal, beziehungsweise ich sagte so, oh, scheiße, ich brauch ne, ne Folge noch. So, Kamikaze-Reifen. Da oben steht einer. Und da unten stehen welche. Die werden hier gleich direkt reinballern. Ja, da wurde ich auch gleich umgesnipert. Fracht plus vier. Die Sniperin einfach mal hart. Aber wurde sie auch getötet. Jetzt wird hier geschoben. So, wir müssen hier mal... Ach, da oben hängt meine Falle. Ist auch nicht Sinn der Sache. Oder? Aber wenn wir jetzt den Checkpoint gleich erreichen. Gibt's hier nicht ein Heil, Dings? Da ist eins. Sehr gut. Ah, scheiße. Aber ich bin... Da ist auch einer in meine Falle getreten. Der Dinge. Oder? Ich weiß es nicht. Nee, jetzt wird sie ausgelöst, okay. Ja, bin ich gespannt. Junkrate auf jeden Fall ein cooler Charakter, wie ich finde. Da haben wir schön welche plattgemacht. Wurde ich selber plattgemacht, aber das war ja super witzig. Soundbarriere, alles klar. Noch habe ich nicht genug. Ich muss halt. Nerv this. Power, Powerhift, man. Jetzt wird's massiv. Wir haben ja auch ein leichtes Spiel und nicht mal dann trifft er mit dem ersten Schuss, obwohl wir fertig waren. So dann gib Gas Leute. Spür dir die Liebe. So den haben wir besucht. Jetzt wurden wir vom Terror. Es ist auch bescheuert. Ich sterbe schon mal. Oft als Junkrat. Einmal kurz Näschen pudern und weiter machen. Ha. Okay. Jetzt wird's massiv. Verstanden. Das ist ja cool. Wir haben auch zwei Reaper. Was ja auch gut sein kann, aber das Problem ist, wir haben hier so ein bisschen... Schade, meine Ulti ist nicht gepackt. Da war ich aber schon tot. Aber Checkpoint ist erreicht, eigentlich ist klar. Wir können mal einen neuen Helden ausprobieren. Ja, wir spielen bei der Junkrat. Dann gibt es eine Abkühlung. Ha. Genji. Bereit. Sieht der Halb inzwischen doch. Nicht bewegen. So. Zeiss ja. Für so eine Scheiße kriegst du erstmal so ein Ding. Scharfschütter. Seid wachsam. Scharfschütter. Seid wachsam. Ulti ist bereit. Alles klar. Ja, das hat mich zerlegt. Er hat sich eine gute Ulti reingeschmissen. Das ist scheinbar das neue, wenn man das Ding aktiviert und dann die Ulti macht. Ich glaube, das wird noch rausgepatcht, weil das einfach zu... zu krass ist. Setz das Ding in den Weg. Wollen wir zumindest vorstellen, dass das fast schon ganz schön wird. So, haben wir den eliminiert. Dafür bin ich halt auch selber drauf gegangen. So, es war ganz schön, wie ich da die Mei... anbringen. Wie ich da die Mei gewusst habe. Scharfschütter. What? Krass. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen irgendwas, was richtig schnell ist. Neues Ziel? Fracht bewegen. Bin mit der Fracht auf dem Weg. Alles klar, wir machen Reinhard, Leute. Die Gerechtigkeit wird genüge getan werden. Ulti bereit. Wir können loslegen. Ich bin, ich bin bereit. So, jetzt müssen wir hier das Ding abwärten. So nicht, warte. Ich bin eingefroren, Mann. Den dicken hätten wir fast umgelegt. Boah, es ist ja dann doch noch eine spannende Runde. Ja, darum geht es eigentlich. Wir müssen die Fracht in Bewegung halten. Die Fracht muss weiter, bis hierhin. Ah, schade. Aber die Fracht hat das Ding wenig, das erreicht. Das ist schon mal ganz gut. Ich muss dann mal gucken, was meine Katze macht. Oh, wir haben jetzt eine Mercy. Schieben, schieben, schieben. Einziges passiert, schieben. Ulti ist bereit. Ich muss mal schieben. Darum geht es halt. Die da oben machen wir fertig. Ich bin eingefroren, scheiße. Mercy. Dankeschön. Das war ja gar nicht mal so unschlau. Okay, da kam der Reaper von hinten. Ich habe den Himmels. So, das müssen wir schaffen. Ich hatte gedacht, dort noch so viel Zeit. Jetzt gibt es eine Abkühlung. Oh, ja, das war die Aktion gespielt. 100 pro. Verlängerungen haben, dass keiner dran ist. Ja, das war's. Da ist die Messi gelesen. Niederlage, alles klar. Passiert ja mal. Ach, sie war das. Believer. Oder Believer. Weiß ich noch nicht mal da mitgelebt. Ich war topfisch. Jetzt haben wir gespielt. Ich fand... Warte mal, was haben wir hier alles? Boah, geht's so fairer, kann jeder. So. Match war aber insgesamt ganz positiv. Das ist leider nicht mehr, wie die Leute heißen. Von uns. Aber Believer war ganz gut. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Leute, vielen Dank für's Zusehen. Schaltet im nächsten Part wieder ein. Bis dann. Dann sagt er grob als Mann. Ciao.